Es ist mal wieder soweit, heute ist Dienstag, gestern war Montag und gestern kam die dritte Folge des The Walking Dead Spin-Offs The Ones Who Live, die sogenannte Rick und Michonne Serie. Für mich ist es erst 10 Minuten her, seitdem ich die Folge gesehen habe und deswegen sind alle meine Erinnerungen noch frisch und ich habe sie auf Blatt Papier gebracht und setze mich heute mal wieder hin, um euch ein bisschen ein kleines Recap, eine Review und gleichzeitig auch meine Meinung zu dieser Folge kundzutun. Wenn ihr also wissen wollt, wie ich zu dieser Folge stand, was in der Folge so passiert ist, dann bleibt gerne dran und damit heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Bevor ich jetzt rein starte, direkt dicke, fette Spoiler-Warnung natürlich. Für die Leute, die die Folge oder die ganze Serie noch nicht gesehen haben und die auch nicht gespoilert werden wollen, schaltet am besten ab, denn ich werde hier nicht auf spoilerfreie Reviews setzen, denn das ist hier bei der Serie tatsächlich ein bisschen schwerer, finde ich. Heißt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, speichert euch das Video gerne ab und kommt später wieder, wenn ihr die Folge gesehen habt. Ansonsten für die, die gespoilert werden wollen oder denen es egal ist oder die, die die Folge schon gesehen haben, jetzt geht's direkt mal los. Ja, wie meine Prediction im letzten Video schon war und so ist er auch eingetroffen, wir sehen jetzt erstmal ganz am Anfang einen kleinen Rick und Jadis-Rückblick und zwar sechs Jahre zuvor von unserem jetzigen Standpunkt aus. Rick kommt das erste Mal in die große Stadt, bedeutet er ist schon zwei, drei Tage, nennen wir es mal, beim CRM da aufgenommen worden und läuft halt jetzt durch die Stadt und darf sich das erste Mal da umgucken. Und begrüßt wird er von der guten Jadis, in diesem Fall noch mit langen Haaren, da sind auch die Bilder der ganzen Leaks entstanden, die ich auch letztes Video mal angesprochen hatte. Sie bietet ihm direkt ein paar Fritten an, die er nicht will, warum auch immer, die Fritten sahen sehr lecker aus und allgemein das Zeug, das sieht alles sehr, sehr lecker und frisch aus für eine Zombie-Apokalypse. Zu diesem Zeitpunkt ist Jadis noch kein direktes Mitglied des CRM, sie erklärt uns, dass das CRM mehr oder weniger mit ihr und ihren Leuten eine Art Handelsabkommen hatte. Sie bringen ihnen Ressourcen wie Essen, Trinken, was weiß ich, und sie liefern ihnen, naja, Informationen oder halt auch gefährliche Menschen oder halt was weiß ich. Also es ist im Prinzip ein ganz normales Handelsgeschäft gewesen. Jadis pocht sehr oft darauf, dass sie Rick ja gerettet hat und es nicht hätte machen müssen, sie es einfach nur aus reiner Höflichkeit quasi getan hat und sie geht auch quasi schon einen leichten Schritt Richtung dem Plan oder ihre Abmachung, die sie da erwähnt haben, an und sagt, sie möchte sich hier bewerben, mehr oder weniger sich hocharbeiten und somit quasi sowohl für Rick als auch für sie ein gutes Leben schaffen. Dann spricht sie kurz einen 500-Jahres-Plan an vom CRM und im ersten Moment saß ich da und dachte mir so, oh, wait, 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 500-Jahres-Plan? Respekt. Ja, in diesem 500-Jahres-Plan ist quasi der Neuaufbau, der Neuzivilisierung der Welt geplant und die Auslöschung halt der Toten und halt eine, naja, Wiederaufbau halt der Welt in 500 Jahren. Das wäre mal wieder ein Ansatz dafür, dass das CRM an sich nicht böse ist, sondern einfach nur versuchen will, eine normale Zivilisation wieder aufzubauen und, naja, neu die Welt zu bevölkern. Weiterhin stellt sich dann die Frage, warum werden manche Leute so gefangen gehalten und so zurückgehalten und allgemein, das CRM agiert auch gar nicht in diesen großen Städten. Das können sie nicht, weil das würde anscheinend die Ruhe, nenne ich es mal, stören. Dann springen wir direkt jetzt in die letzte Folge oder ins Ende der letzten Folge und sehen, wie Jadis da sitzt und Rick mit ihr redet und sie sagt erneut, hier, Rick, wenn du abhaust, es werden alle sterben und Rick sagt in seinem Badass-Moment natürlich wieder, er wird Jadis umbringen, vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht morgen, aber auf jeden Fall. Es ist eine sehr, sehr kleine Anspielung, würde ich mal sagen, auf die gleiche, den gleichen Dialog zu niegen, in Anführungsstrichen. Und wir sehen auch hier den Punkt, warum Jadis so reagiert, wie sie wirklich reagiert und zwar, sie sagt selber, Rick ist schon eine Gefahr, aber Rick und Michonne zusammen, die könnten alles machen. Und das ist ja das, was sehr viele Leute auch in Bezug auf die Serie sagen, Rick und Michonne zusammen würden alles da zerkleinern, zerstückeln und niederbrennen. Und erneut droht sie Rick an, wenn das hier so laufen sollte, wie Rick es geplant hat, dann wird es kein gutes Ende für Rick, Michonne und alle Menschen, die er liebt haben. Dann sehen wir Michonne als Consignee in der gleichen Ecke quasi an Zombies schlachten wie Rick in der ersten Folge. Lustigerweise sieht man sogar oben Grimes stehen mit 69, glaube ich, oder 96, nee, 69. Und das ist einfach der aktuelle Rekord an Zombie-Kills. Fand ich sehr, sehr lustig. Ich frage mich tatsächlich, ist das eher von den CRM-Leuten oder halt eher von diesen Consignees gemacht worden? Super lustig irgendwie, aber auch krass, dass Rick in so einer Schicht, ich weiß nicht, wie lange so eine Schicht geht, aber ja, in diesem kleinen Zeitfenster, ja, 69 Zombies, kann man mal machen, ne? Michonne ist weiterhin ja auf ihrem Ich bin Diane und ich bin, äh, ne, ich hab keine Ahnung, wer ich bin und bla, bla, bla. Meanwhile treffen wir auch da eine neue Person, wo sich mir direkt die Frage gestellt hat, wird die nochmal wichtig, weil sie wurde uns namentlich mit Vor- und Nachnamen vorgestellt. Und das ist meistens eher dann der Fall, wenn jemand vielleicht relevant wären könnte. Nichtsdestotrotz, äh, dann haben wir nochmal eine coole Szene, wo Michonne kurz mal, äh, da ein paar Walker wegklatscht, die doch noch am Leben waren. Und da war auch der erste Moment, wo das CRM gemerkt hat, okay, die ist vielleicht doch nicht so hilfsbedürftig, wie man denken könnte. Dann bekommen wir einen kurzen Einblick in Oakford's Beerdigung. Der General Colonel hält da seine Rede mit seinem Schwert und erzählt ein bisschen drumherum. Dann sehen wir, wie der gute Rick mit der guten Thorn rausgeht, sie ein bisschen über Oakford philosophieren und reden und der gute Colonel hält dann an und nimmt Thorn mit. Denn die Gute bekommt jetzt eine Beförderung. Sie bekommt das Ecolon Briefing. Das, was Oakford in der ersten Folge schon angesprochen hat, wo er gesagt hat, wenn ihr das bekommt, seid ihr drin. Ihr seid komplett eingeweiht zu 100% und da wird sich euch einiges offenbaren, nenne ich es mal. Und naja, durch diese Beförderung ist sie quasi die Nachfolgerin von Oakford geworden. Ob gewollt oder ungewollt und ob mit den gleichen guten Absichten, wie Oakford sie hatte oder nicht, das erfahren wir gleich. Dann hat Rick die Sehnsucht nach dem Ausbruch genagt und hat gesagt, wisst ihr was, wir hauen doch nochmal ab. Er schreibt mir schon Briefe und sagt, ihr hier, wir treffen uns da und da, da ist ein Kanu, damit haust du ab oder damit hauen wir ab. Bereitet alles vor. Wir sehen diese Szenen parallel zueinander laufen, sehen aber auch gleichzeitig, es ist mit einem großen Zeitsprung dazwischen oder es ist ein großer Zeitsprung, mit einem Zeitsprung dazwischen, dass Rick es vorbereitet hat. Naja, am Ende stellt sich raus, Rick hat Michonne mehr oder weniger versucht zu verarschen und quasi wollte er, dass sie alleine flieht und er bleibt hier, da er der ist, der dann dafür sorgen kann, dass niemand nach ihr sucht und niemand Judith, RJ, wen auch immer findet. Wenn wir dann ganz kurz bei den Briefen sind, die Rick Michonne geschrieben hat, können wir auch sagen, zwischendrin hören wir oft Michonne so im Off einen Text schreiben an Judith und das ist ja das, was in der letzten Folge angespielt wurde mit dem Tagebuch, wo Ned gesagt hat, hier schreib es auf, gib es ihr, dann hast du quasi wie mit ihr kommuniziert. Finde ich schön, dass sie es direkt in der nächsten Folge aufgreifen. Am Folgetag, wo Michonne abhauen sollte, trifft Rick auf Jadis und sagt ihr hier, Michonne ist jetzt weg, du kannst hier den Ball flach halten und 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 die kommen ein bisschen wieder aneinander. Jadis sagt auch hier, du kannst machen, was du willst, ich habe jetzt schon die Unterlagen hinterlegt, die quasi dafür Beweise sind, dass du und Michonne und ihre Community und das werdet ihr halt getötet, wenn das rauskommt. Wie gesagt, die zwei geraten da so ein bisschen aneinander und Rick droppt einfach mal kurz gegenüber Jadis so eine Art Negan-Sprache und sagt zu ihr so, ja, Menschen sind Ressourcen und ich saß da so und dachte mir so, okay, da hing mal kurz der Negan raus. Ich denke schon, das ist zum einen eine kleine Anspielung an Negan, aber auch an Negans und Jadis, naja, ich nenne es mal Abmachung oder Zusammenkunft in Bezug auf, ja, Menschen sind Ressourcen, wir müssen zusammenhalten, wir müssen uns zwar nicht mögen, aber Mittel zum Zweck quasi. Und dann, kurz bevor die beiden auseinander gehen, droppt Rick den geilsten Spruch ever. Jadis spielt nochmal darauf an, dass sie ihn gerettet hat und Rick sagt jetzt, ja, dann rette jetzt mich schon, indem du nichts sagst, dann bist du eine Heldin, aber eine Heldin mit einer scheiß Frisur und das war so lustig und selbst Jadis hat so ein bisschen mehr oder weniger geschmunzelt, ob sie es jetzt lustig fand oder es war eine sehr lustige und auflockernde Situation und das aus Ricks Mund zu hören ist tatsächlich selten. So oft kloppt er ja keine großartigen Witze und das war irgendwie sehr, sehr funny und man hat auch bei ihm ein bisschen gesehen, er fand es selber auch etwas lustig. Ja, und was soll ich sagen, natürlich ist Michonne nicht ohne Rick abgehauen, nein, sie ist geblieben und Rick erfährt das mehr oder weniger durch Thorne, indem sie sagt, hier, jetzt hast du ein großes Problem. Ja, Michonne steht da an dieser Mauer und tötet weiter die Walker und ja, Rick denkt sich so, holy shit, was soll denn der Kack jetzt? Und das Problem daran ist, sie zeigt in dieser Szene mehr oder weniger, ja, sie ist ein A und A steht ja beim CRM für potenziellen Anführer und das gefällt sowohl Thorne nicht als auch Rick nicht, weil A's sind beim CRM nicht gerne gesehen. Das CRM möchte keine neuen Anführer haben, weil das die Ordnung einfach zerstören würde. Wenn neue Leute sind, die Anführer darstellen können, vielleicht folgen Menschen denen anstatt dem CRM und das würde Unordnung bringen. Funfact an der Stelle, Michonne bricht dann auch einfach mal Ricks Rekord an Walker-Kills mit 71. Nicht viel, aber ein bisschen. Und man sieht halt, sie ist schon ein bisschen angepisst und gleichzeitig ist Thorne angepisst, weil, wie gesagt, man sieht, dass sie, dass Michonne ein potenzielles A ist, was nicht gut ist, weil A's nicht gerne gesehen sind. Dann gibt es noch viel Gerede um diesen neuen Stützpunkt, den ja Rick und Thorne quasi angefangen haben aufzubauen, dass da ein Treffen stattfindet und es gibt sehr viel drumherum vom CRM. Es ist jetzt nicht so viel Wichtiges, glaube ich, aber es ist sehr viel, was uns zeigt, okay, das CRM ist schon wirklich sehr organisch am Arbeiten. Das finde ich jetzt noch nichts krass Wichtiges, Heftiges, was uns interessieren müsste. Das hat viel in der Folge tatsächlich damit zu tun, dass es wenig Hauptfokus auf Story, sondern einfach allgemein einfach das Leben oder wie das CRM so arbeitet, abläuft. Sowohl mit Michonne im CRM als Consignee, mit Rick und mit Thorne. Es ist eine Folge mit wenig oder relativ wenig großartigem Plot. Es gibt ganz viele kleine Informationsschübe, sage ich es mal so. Dann wird Michonne auch einmal in die große Stadt geschickt, ähnlich wie Ricks ähnliche Aufnahmen. Sie guckt auf die Windräder und läuft dann auch über diesen Markt und sieht dann auf einem Fernseher, glaube ich, war es eine Zeichnung, die sehr große Ähnlichkeit zu den Rick-Handy-Zeichnungen hat. Und ja, lustigerweise, und das fand ich wirklich sehr, sehr lustig, Rick hat das nicht selber gezeichnet. Ich dachte immer, wow, warum kann Rick ja panisch und holy shit, woher kann der so gut zeichnen? Nein, da ist tatsächlich eine Person, der hat sogar einen Namen, das steht sogar oben auf dem Schild, den habe ich jetzt leider vergessen. Er macht das, er zeichnet auf allem Möglichen, das ist ja nicht Zeichnen, er ist ja, glaube ich, im Glas eingeritzt, auf Fernsehern, auf Handys, auf allem Möglichen, malt der Porträts von halt Leuten. Und Michonne geht einfach dahin und sagt einfach, hier, du hast mich gemalt. Und er so, ja, ganz oft, dich und das Kind, ja, er wäre so oft da gewesen und er wollte auch, dass er einen Jungen zeichnet, Karl, dem er aber nicht gerecht werden konnte von der Zeichnung her. Und Michonne ist so offen gegenüber diesem Typen und er ist auch sehr, sehr offen gegenüber ihr und sagt, wie oft Rick da war und alles Mögliche hat gesagt, er will so lang, er braucht die Zeichnung auch nur so lang, bis er sie gefunden hat, also bis er Michonne gefunden hat. Und das alles war so sehr, sehr, sehr nostalgisch, episch, weil es halt irgendwie schon zeigt, okay, Rick hat das nicht selber gemacht, aber Rick hat wirklich so lang an sie gedacht und auch der Spruch, glaube ein bisschen länger, der kam nicht direkt von Rick, er kam von dem Zeichner. Er hat ihn auch da drauf gezeichnet und somit Rick auch die Hoffnung gegeben, die letzten Endes dann Michonne Hoffnung gegeben hat, Rick zu finden. Und dann droppt sie den kleinen, aber feinen, traurigen, einen Satz und sagt, ja, er hat sie gefunden, jetzt muss sie ihn finden. Was halt in dem Fall einfach zeigt, Michonne merkt schon, okay, Rick ist hier schon sehr, sehr lange drin und es ist vielleicht gar nicht mal möglich mehr, Rick aus dem CRM rauszuholen. Sowohl körperlich als auch vielleicht geistig-mental. Kleiner Funfact dabei, man muss sich immer vor Augen halten, Rick kannte Oka vor fast doppelt so lang, wie er Daryl oder Carol oder Maggie kannte. Er hat mehr Zeit im CRM verbracht, als mit seiner eigentlichen Familie. Das ist schon sehr krass eigentlich und wenn man sich das wirklich in der ganzen Konstellation, dass Rick sagt, hier Michonne, hau ab, ich komme hier nicht weg und selbst wenn es wird scheiße passieren, du gehst, ich bleibe, wenn man sich das überlegt, vielleicht ist Rick einfach wirklich dafür da, im CRM zu bleiben. Dann kommen wir zu einer Szene, in der es so aussieht, mehr oder weniger, als würde Thorne, ähnlich wie Oka Ford, Michonne einweihen wollen in das Ecolon Briefing, dass sie ein potenzielles A ist. Dann kommt es eine ganz spannende Szene, in dem Thorne ein Messer ziehen will, Rick zieht die Pistole und irgendwie war es nicht so, im ersten Moment dachte ich auch scheiße, 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 aber eigentlich war es schon so mehr oder weniger abgesprochen. Das Ding ist nur, Thorne ist andere Einsichten wie Oka Ford, aber da sie Rick halt schon als Familie betitelt, ist sie halt auch irgendwie schon darauf bedacht, zu sagen, okay, sie ist eine Anführerin, sie darf aber keine Anführerin sein, wir nehmen sie mal mit, aber halt auch, sie muss sich trotzdem in die Hierarchie einreihen. Und ja, Michonne sagt dann auch selbst, ja, sie würde diese Informationen nehmen, die sie, also Thorne ihr anbietet und ja, das ist eine sehr, sehr enorme Spannung zwischen den dreien, nenne ich es mal so. Denn, und das ist das Problem und das sagt auch Thorne selber, nach dem Ecolon Briefing weiß sie sehr viel, hat sehr viel gesehen, sie sagt auch mehrmals, Rick, wenn du das siehst oder liest und darin eingeweiht bist, wirst du verstehen, was, also überhaupt verstehen und sie ist nicht Oka Ford, sie sieht nicht das, was Oka Ford gesehen hat nach dem Ecolon Briefing, bedeutet, dieses Briefing hat ihr, ob es im positiven oder negativen Sinn ist, erstmal die Augen geöffnet und Oka Ford steht jetzt erstmal, oder standend in dem Fall, einfach komplett in eine andere Richtung, als das Ecolon Briefing quasi geht. Wie gesagt, das Briefing hat Thorne verändert und sie sieht mich schon mehr oder weniger als Bedrohung, vielleicht als, sowohl als Bedrohung für sie persönlich, als auch Bedrohung einfach für CRM. Und das Ganze kommt daraus zum einen, dass sie so, so auftritt und auch bei der Mission, wo sie dann mit dabei ist, die, ich nenne es einfach mal Ball-Mission oder Ball-Mission, ob das, warum das Ding Ball heißt, weiß ich nicht, aber ich erkläre es jetzt auch gleich kurz mal. Bei dem neuen Stützpunkt sind ein paar Zombies, die müssen auseinander gedrängt werden oder vernichtet werden, bla bla bla, hin und her und sie gehen in einer kleinen Gruppe und Michonne übernimmt die Führung, was Thorne gar nicht gefallen hat. Auch wenn die Mission dadurch positiven Ausgang hatte und dieses, diese Ball-Waffe einfach mega geil ist, das ist im Prinzip wie ein Ramburger, also dann schiebst das so und vorne ist so ein Schild und Spikes und dann macht dann Geräusche und lockt dann Beißer an und geht dann nach einer gewissen Zeit hoch. Super coole Waffe, mega geil, mehr davon. Aber ja, Thorne fand es gar nicht gut, dass Michonne sich, naja, nicht an die Hierarchie gehalten hat. Sie hat sich nicht daran gehalten, in was für einem Platz sie in diesem System steht. Anders als es Okafor vielleicht gemacht hätte. Dann macht Thorne für einen ganz kurzen Augenblick mal die Shane-Phase durch. Ja, sie versucht Michonne mehr oder weniger unauffällig zu töten, so unfallmäßig. Rick bemerkt das Ganze, Rick verhindert das Ganze, indem er einen Beißer vorschiebt, diesen Beißer tötet, aber er zeigt es nicht. Ich weiß nicht, ob er es mit Absicht nicht gezeigt hat, damit sie gar nicht realisiert, dass er es gesehen hat, dass sie Michonne töten will. Oder einfach, weil Rick weiß, okay, es ist verständlich, warum sie so handeln will, aber Rick hat seine Wut in der Hinsicht, dass die Person da gerade Michonne töten wollte, hat er gut unter Kontrolle gehalten, finde ich. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Thorne realisiert hat, dass Rick es bemerkt hat, dass sie Michonne töten wollte, weil Rick es sehr, sehr gut verheimlicht hat. Würde auch noch passen zu den weiteren Szenarien, die noch kommen. Dann haben wir einen sehr lustigen Rage-Moment von Rick. Er hat gesagt, Michonne, ich schicke dich weg, du gehörst hier nicht hin, ich gehöre hier, du nicht. Und wenn ich dich K.O. schlagen muss, auf dieses Boot legen muss, ich fand es so lustig, einfach Rick zu sehen, wie emotional er doch wird und wie sauer er auch wird, weil er weiß, Michonne ist hier nicht sicher, weder beim CRM allgemein, noch unter der Führung von Thorne, noch irgendwo im Bereich des CRMs. Und hier erwähnt er selber, Michonne gehört nicht hierhin. Rick gehört aber ins CRM. Er selbst sagt, er gehört hierhin. Einmal, um aufzupassen, dass Michonne und Judith alle sicher sind und halt auch irgendwie, denke ich, weil der Okafords-Plan einfach weiterführen möchte. Er möchte das CRM ins Positive ändern. Und zu guter Letzt sitzen die beiden im Helikopter, fliegen zurück zur Hauptbase, nenne ich es mal, und es ist ein sehr, sehr krasser Sturm und Michonne hat wieder im Off ihre Stimme mit Judith und naja, reißt die Tür auf und zieht sich und Rick raus. Meine Frage ist, war da ein Fallschirm? Ich hoffe, ja. Nichtsdestotrotz sind die jetzt erst mal mitten im Nirgendwo runtergehüpft und sind nicht mehr beim CRM fürs Erste. Das war mehr oder weniger die Zusammenfassung dieser Folge. Es war eine sehr, sehr kleine Folge im Sinne von, es ist nicht krass viel passiert. Es wurde uns ein bisschen mehr über CRM weiterhin gezeigt. Wir sehen mehr vom CRM. Aber es war so eine Durchschnittsfolge. Es war jetzt keine, wo Gänsehautmomente krass da waren, wie man sieht Rick das erste Mal nach fünf Jahren. Man sieht mich schon das erste Mal nach zwei, drei Jahren ungefähr. Nein, es war so eine normale Folge. Einfach eine Folge, die einfach die Geschichte weiterzählt, die einfach den Fluss dieser Story voranbringt. Nicht viel, aber in kleinen Häppchen. Die Folge war nicht schlecht. Sie war nicht heftig gut. Sie war wirklich einfach eine stinknormale. Ich würde es vielleicht sogar Filler-Folge nennen irgendwo. Natürlich ist sehr viel passiert, aber sie war auf jeden Fall eine kleinere Folge im Gegensatz zu den ersten beiden. Punktetechnisch würde ich mich tatsächlich hier auch wieder auf die gleichen Punkte einschießen, wie auf den anderen. Ungefähr eine 7 bis 8 von 10. Es ist wie gesagt keine überragende Folge, wo ich mich jetzt hinsetze und sage, die muss ich noch 10 Mal gucken, weil sie so krass war. Aber eine gute Folge. Keine Frage. Super solide Folge. Durchschnittlich. Perfekt. Kommen wir kurz zu meiner Prediction für die nächste Folge. Ja, die nächste Folge wird natürlich erstmal sein, ja, Rick und Michonne sind jetzt im freien Fall und sind mehr oder weniger jetzt auf der Flucht. Die Frage ist, wird sich hier herauskristallisieren, dass Rick versucht, zum CRM zurückzukommen oder wollen sie wirklich abhauen? Egal wie, wir wissen, das CRM wird sie suchen. Ob es im positiven Sinn ist und von wegen, wir müssen unsere Leute zurückholen und ob es im negativen Sinn ist, von wegen, die dürfen nichts verraten. Das CRM wird sie suchen und wahrscheinlich wird da dann auch die Szene kommen, die wir auch im Trailer gesehen haben, wo das CRM eine Rakete in so einen Hochhaus jagt. Wird wahrscheinlich in der nächsten Folge kommen. Sonst kann ich tatsächlich noch gar keine große Prediction geben, weil ich bin mir nicht sicher. Es wird wenig mit dem CRM, also wenig mit Jadis vielleicht zu tun haben, weil Jadis erstmal jetzt abgeklappert wurde, mehr oder weniger. Ich glaube halt einfach, dass das jetzt mal wirklich ein Rick und Michonne Part wird. Sie sind auf der Flucht, sie müssen jetzt diskutieren. Gehen wir dahin? Gehen wir nicht dahin? Du gehst, ich geh. Wer bleibt, wer geht? Es wird eine sehr interessante Folge, weil das glaube ich auch mal auf die Probestellen der Beziehung der beiden sein wird, weil Michonne schon gemerkt hat, okay, Rick ist hier wirklich im CRM drin. Vielleicht nicht ganz böse im CRM drin, aber er ist drin. Egal wie, ich bin gespannt. Das ist die vierte Folge, es ist quasi, mehr oder weniger sind wir jetzt schon in der Halbzeit und ich bin echt gespannt, was noch kommt. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das noch hinführt. Ich hoffe, wir bekommen echt noch dieses Ecolon Briefing mit, dass Rick befördert wird oder natürlich jetzt die Frage ist, es ist jetzt gerade auf der Flucht, soll Rick wirklich noch befördert werden? Es wird sehr, sehr interessant. Ich hoffe es natürlich, weil mich interessiert wirklich, was hinter dem CRM steckt. Weiterhin diese Frage, was ist mit dem CRM? Weiterhin ist sie da. Wir haben jetzt den 500-Jahres-Plan, sagt uns schon ein bisschen was über CRM, aber immer noch nicht so ganz. Jetzt seid ihr gefragt, wie fandet ihr die Folge? Habt ihr sie schon gesehen? Wenn ja, wie gesagt, wie fandet ihr sie? Und was denkt ihr, passiert in der nächsten Folge? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und falls euch interessiert, was ich zur ersten und zur zweiten Folge von dieser Serie gesagt habe, dann checkt doch gerne mal diese beiden Videos hier aus. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.